Astrein. Wald, Mensch, Wissen. Der Podcast der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg. Herzlich willkommen zum Podcast der FVA Baden-Württemberg. Mein Name ist Ulrich Schrammle. Ich darf die FVA hier in Freiburg leiten. Und wir wollen uns heute über einen Artikel unterhalten, oder zumindest nehmen wir einen Artikel als Anlass, um dieses Gespräch zu führen. Und der Gesprächspartner ist Uli Kohnle. Also wir reden heute Uli mit Uli. Schön, dass du da bist, Uli. Schön, dass ich da sein darf. Also erst einmal die Unterscheidung von Uli zu Uli, die geht nach dem Dialekt. Immer wenn es bayerisch klingt, ist es der Leiter, der Uli Schrammle. Und wenn es etwas ins Schwäbische geht, dann bin ich das, der Uli Kohnle. Ich sitze an der Abteilung Waldwachstum. Wir beschäftigen uns mit dem Wachsen, mit dem Leben der Bäume, messenderweise. Ich bin seit 20 Jahren hier. Bevor ich hierher gekommen bin, war ich relativ lang in der forstlichen Praxis unterwegs. Also so als klassischer Förster draußen auf dem Forstamt. Und davor habe ich in einem früheren Leben mich sehr intensiv mit der Duftstoffkommunikation bei Bräugenkäfern beschäftigt. Und damit roppen wir uns jetzt schon so langsam zu unserem heutigen Thema hin. Also die Kommunikation im Wald wird ja Land auf, Land ab, von der wissenschaftlichen Literatur bis hin zu Markus Lanz rauf und runter diskutiert. Da geht es jetzt meistens um die Kommunikation zwischen den Bäumen, die da strittig ist. Damit habt ihr euch ja auch beschäftigt in dem Artikel, über den wir gleich reden wollen. Aber du hast in deinem früheren Leben noch ganz andere Organismen im Blick gehabt. Die lieben Käferchen, Bräugekäfer, das heißt immer der Bräugekäfer, aber Vorsicht, es gibt weltweit 3000 Arten. Also es gibt sehr viele verschiedene. Und da habe ich mich, wie das halt bei Wissenschaft so eigentlich klassisch stattfindet, mit einem sehr engen Segment beschäftigt. Die Frage, wie unterhalten sich die Käfer denn untereinander? Zu Neudeutsch, chemische Duftstoffkommunikation zwischen Käfern. Da untersucht man, an welchen Duftstoffen von Bäumen erkennen Käfer, ob der Baum passt, dass es die richtige Baumart ist, ob er gerade schwach genug ist für einen Befall und wie verständigen sich die Käfer untereinander, wie sie befallen, wo sie befallen und wann es zu viel wird. Das machen die ganz schön mit chemischen Duftstoffen. Und es ist außer Zweifel, dass da Kommunikation stattfindet. Und vor allem zwischen den Käfern, zwischen Käfern und Baum nicht so sehr. Was ich aber auch relativ schnell gemerkt habe, da musst du echt mit wissenschaftlichem Handwerkszeug drangehen. Also man jagt halt die Duftstoffe durch, in Gaschromatographen durch, man testet, wie die Tiere darauf reagieren. Und obwohl ich das 10 Jahre lang gemacht habe und mich intensiv mit den Biestern beschäftigt habe, ist mir bis heute völlig unklar, ob die was empfinden und wie die empfinden. Also gefühlsmäßig wäre man da nie dran gekommen, das musste schon ein gutes Handwerk sein. Es ist ja so ein klassischer Vorwurf, den man derzeit immer hört. Wir haben uns jahrzehntelang auf Tiere konzentriert, haben also verstanden, wenn man traut es nicht jetzt irgendwelchen Säugetieren ohnehin zu, dass sie menschenähnliche Arten des Austausches, des gesellschaftlichen Lebens pflegen, bestimmte Arten der Kommunikation haben. Und du beschreibst das jetzt auch für die Insekten oder für eine bestimmte Gruppe von Insekten und sagst, da weiß man das auch. Da ist es seit Jahren Standardwissen, was auch an der Universität gelehrt wird, was die Praktikerinnen und Praktiker auch nachvollziehen. Und jetzt ist die Frage, was ist es bei den Pflanzen? Also ihr habt also jetzt in einer großen Gruppe von Autorinnen und Autoren in der Zeitschrift Trends in Plant Science geschrieben, über Mother Trees, Altruistic Fungi and the Perils of Plant Personification. Das sind jetzt viele große Begriffe und da habt ihr euch ja kritisch mit der Frage auseinandergesetzt, wie viel Kommunikation ist gerade jetzt bei den Bäumen als einer großen Pflanzengruppe tatsächlich zu finden. Also die Frage ist nicht ganz einfach, weil ich glaube, man muss zwei Dinge klar auseinanderhalten. Ich kenne keine Kolleginnen und keine Kollegen, die bezweifeln, dass Pflanzen, Bäume durchaus miteinander in Austausch stehen, sprich kommunizieren. Also darüber sind wir uns eigentlich ziemlich einig. Es gibt auch genügend Beispiele, wo man zeigen kann, wie das mal zwischen Pflanzen funktioniert. Ziemlich klar ist aber auch, weil Pflanzen sich so grundlegend von Tieren unterscheiden, bei Reproduktion, was Photosynthese anbelangt, was den inneren Aufbau anbelangt, so komplett anders als Tiere sind, dass es mit einer Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit unmöglich ist anzunehmen, dass Pflanzen ähnlich empfinden wie Tiere und ähnlich kommunizieren wie Tiere. Deshalb funktioniert es nicht mit unserer Gefühlswelt und unserer Empfindenswelt, die aus der tierischen Ecke kommt, die Kommunikation von Pflanzen zu verstehen. Da können wir gefühlsmäßig nicht dran. Das muss man faktisch untersuchen. Deshalb zwei Sachen auseinanderhalten. Natürlich kommunizieren Pflanzen miteinander. Die stehen nicht wie Pfähle alleine im Waldrum Bäume. Die kommunizieren auch miteinander. Aber das funktioniert ganz anders, als wir uns das vorstellen, von der Vorstellungswelt her. Und deshalb, wenn man wissen will, wie die kommunizieren, muss man das untersuchen und kann es nicht einfach von der Gefühlswelt übertragen. Das geht in die Hosen. Es gibt natürlich in dem Bereich auch Untersuchungen, wo die Autorin, nehmen wir mal jetzt diese Frau Simmer, die Susan Simmer, eine kanadische Forstwissenschaftlerin, die seit den 90er Jahren sich schon mit diesen Themen auseinandersetzt, die auch in Nature publiziert hat. Also da gibt es referierte Publikationen, die eigentlich den klassischen wissenschaftlichen Standards auch entsprechen sollten. Und trotzdem findet ihr da eine Reihe von kritischen Punkten. Also wie weit folgt ihr jetzt in eurem Artikel der Frau Simmer, die ja bekannt geworden ist mit ihrer, ja vielleicht mit zwei großen Bildern, Metaphern, wie auch immer das dann gemeint ist von ihr. Sie spricht da von Mutterbäumen. Also die Überlegung ist, dass also ein großer Erwachsenerbaum sozusagen mit seinem eigenen Nachwuchs kommuniziert, Stoffe austauscht, die im Leben unterstützt. Und das andere, da kommen dann auch noch die Pilze mit ins Spiel, dass es da letztlich in diesen Wäldern ein großes System, große Verbindungen gibt. Also das schöne Begriff dazu ist ja, dass Wood Wide Web vielfach zitiert. Also letztlich wird da so ein großer Organismus in den Wäldern auch beschrieben, wo Bäume miteinander, Bäume über Pilze, Pilze mit Pilzen und so weiter in einer großen Verbindung stehen. Also da wird der Wald als harmonisches Netzwerk gedacht. Und sie publiziert in Nature, ihr publiziert in Trends in Plant Science. Also wenn ich jetzt versuche, die einmal so ein bisschen aufeinander auch zu schicken, also wo sind die Probleme, die ihr damit habt, mit diesen Konzepten? Sagen wir mal, da sind gewisse Schwierigkeiten drin. Da gibt es eine Theorie, die kommt aus der Tatsache, dass wir im Wald zwischen Bäumen Pilzgeflechte finden, die von Baum, die am Baum sich beteiligen. Das sind die Mykoritzen, das ist bekannt. Und es gibt auch Pilzhüfen, die von Baum zu Baum wachsen. Die Hypothese, die dahinter steht, ist, dass Bäume sich austauschen und über dieses Pilzgeflecht eben auch die oben stehenden Mutterbäume an ihren Nachkommen wesentlich energieliefernde Stoffe verteilen. Das ist eine gute Hypothese, so gut wie jede andere wissenschaftliche Hypothese. Und die muss man jetzt überprüfen. Mit der Hypothese haben wir keine Schwierigkeiten. Mit den Fakten, mit denen man das überprüfen kann, allerdings schon. Denn wenn man genauer nachguckt, wenn man das anschaut, dann ist der Energietransfer von einem Mutterbaum zu einem Nachkommen, schau unten, auch wenn die mit Hüften an der Verwachsenen sind, der belegbare, der bewegt sich so im 1%-Bereich dessen, was so ein Baum verbraucht. Das sind also vernachlässigbare Größen. Also da ist eine Verbindung über Pilze, aber dass über die Pilze in selbstloser Weise Energiestoffe vom Mutterbaum zu den jungen Bäumen transportiert wird, findet man nicht. A, die Frage ist natürlich, das wäre die nächste Hypothese, warum macht ein Pilz das, wenn er nichts davon hat? Und B, es müsste ja auch substanziell denn energiehaltige Stoffe ankommen. Ein bisschen was, kann man belegen, aber es bewegt sich in etwa im 1%-Bereich. Und deshalb, aus der Tatsache, dass da ein Geflecht ist, die Hypothese aufzustellen, ist gut. Wenn man es dann aber abklopft, was man wirklich findet, dann stimmt man fest, na, die Hypothese hat halt da nicht gestimmt, dann kann ich da nicht eine Geschichte draus machen. Die Bilder haben ja was für sich. Und ich habe dieses Buch jetzt auch gelesen von der Frau Simmert. Und zunächst mal finde ich das ja auch sehr redlich, was sie tut, weil Frau Simmert lässt uns Anteil haben an ihrem privaten Leben, an ihrem Gesundheitszustand, an ihrem Familienstand und beschreibt es eigentlich auch sehr offen. Sie hat eine familiäre Krise, sie wird ihrer Erwartung als Mutter an sich selber nicht gerecht, ist dann in ihrer Forschungsarbeit im Wald unterwegs. Und dann kommt ihr dieser Gedanke und oh, wie Wunder, sie findet genau das bestätigt, was sie im menschlichen Leben bewegt und stellt fest, hoppala, ich kriege es nicht hin in meiner Mutterrolle, aber die Bäume, die sind ja viel besser wie wir, die kriegen es hin. Also vielleicht bleiben wir bei dieser These, also wo die These herkommt, in dem Fall jetzt Frau Simmert projiziert ihre persönlichen Erlebnisse, ihre persönlichen Defizite, Versagensängste und so weiter und eben auch die Lösungen, projiziert sie auf den Wald. Das ist so, glaube ich, verstehe ich, die Quelle ihrer Thesen. Das ist aber nicht das Problem, wo die These herkommt, sondern der Knackpunkt für euch ist, wie geht es dann im wissenschaftlichen Prozess weiter. Genau das ist die Sache. Thesen kommen aus vielen verschiedenen Ecken. Oft sind die besten Thesen oder Hypothesen mehr oder weniger zufällig entstanden. Das ist im Grunde genommen völlig egal. Aber man muss es dann eben daraufhin abklopfen, was es an Fakten gibt. Es gibt einmal den Versuch, eine Hypothese zu beweisen. Das klappt manchmal direkt. Wenn man sie nicht beweisen kann, dann versucht man sie zu widerlegen. Und je öfters der Versuch scheitert, und zwar faktenbezogen, je öfters der Versuch scheitert, eine Hypothese zu widerlegen, umso wahrscheinlicher ist es, dass es stimmt. Das ist das olle Popper-Kriterium, das der mal in die Welt gestellt hat. Bei der Sache mit dem Transfer von Energie über Pülshüfen vom Mutterbaum zum Nachwuchs ist es aber so, dass es tatsächlich deutlich mehr Arbeiten gibt, die dafür sprechen, dass da gar nichts ist. Dass also der Versuch des Widerlegens glückt. Und es gibt ganz wenige und auch schwer nachvollziehbare Arbeiten, die überhaupt in die Richtung gehen. So ganz am Rande. Und das deckt sich jetzt natürlich auch mit meiner Erfahrungswelt aus Wissenschaft und Praxis, wenn ich mir angucke, zum Beispiel den Rasen, der unter Bäumen wächst. Dann stelle ich fest, direkt unter dem Baum, da wo die Wurzeln drunter sind und die Krone drüber, ist das Gras viel kürzer. Wenn ich in den Wald gehe und ich habe einen Buchenbestand, und da ist ein Buchenbestand drunter, sehr viel Verjüngung drunter, oben stehen noch ältere Bäume. Und ich gucke, wo die Bäume am niedrigsten sind, direkt da, wo die Wurzeln und die Mutterbäume drüberstehen, und am höchsten sind sie da, wo Lücken sind. Und dann kommt natürlich meine Förstererfahrung noch dazu, in dem Moment, wo ich über so niedrigen Bäumen den Mutterbaum raushaue und Licht mache, wachsen die auf einmal schneller. Ich meine, das ist ja wahrscheinlich so der größte Unterschied zwischen den Weltbildern, in denen unterschiedliche, ja, jetzt Milieus oder Autorinnen und Autoren unterwegs sind. Da gibt es ein paar, die inzwischen sehr prominent sind, die beschreiben eine höchst harmonische Waldwelt. Also das gründet meistens auch diese Netzwerken. Das gründet eben, wie ihr jetzt im Titel eures Artikels ja auch habt, auf Altruismus, der da zwischen Lebewesen zum Tragen kommt. Also da gibt es Hilfsbereitschaft, da gibt es Unterstützung zwischen diesen Organismen. Alles immer unter der Prämisse, solange der Mensch da nicht eingreift, gibt es also diese sehr harmonische Welt. Und auf der anderen Seite das, ja, doch klassisch forstliche Denken oder auch forstwissenschaftlich begründete Denken, das von Konkurrenz getragen ist. Also das sind ja so die zwei Weltbilder, die da miteinander jetzt, jetzt konkurrieren. Und die spannende Frage für mich ist ja dann schon der nächste Schritt, wenn diese Wunderwelten, wo alles in Harmonie ist, irgendwo in den öffentlichen Raum kommuniziert werden, wenn die in den politischen Raum hinein kommuniziert werden, dass ich da naturgemäß zu anderen Folgerungen komme. Also eine Welt, die von Konkurrenz ist, geprägt ist, werde ich hinterher im Management oder auch bei politischen Entscheidungen anders behandeln, wie eine Welt, die von Harmonie getragen ist. Und ich denke, das ist ja auch ein Punkt, wo ihr in eurem Artikel drauf eingeht. Auf die Harmonie komme ich nochmal gleich. Die Grundherausforderung ist tatsächlich meiner Meinung nach, dass man Pflanzen ähnliche Eigenschaften, Gefühle und Charaktereigenschaften zuschreibt wie Menschen und Tiere. Das halte ich für ausgesprochen gefährlich, weil die total verschieden sind. Ich hatte schon Probleme, mich in die Gefühlswelt meiner Borkenkäferei zu versetzen. Das waren Tiere schwierig genug. Ich glaube, das funktioniert einfach nicht. Das können wir nicht. Das sollte man auch nicht suggerieren. Darüber kann man schöne Bücher im Bereich Fiction und Romane schreiben. Finde ich, liest sich auch toll. Aber man sollte nicht transportieren, als ob man auf der Gefühlsschiene Pflanzen verstehen könnte. Das funktioniert tatsächlich nicht. Ich versuche es mal im Bild zu machen. Wenn man sich vor Augen ruft, in alter Wald, vielleicht so 100, 200 Jahre alt, da stehen große, dicke Bäume auf der Fläche von 100 auf 100 Meter, klassische forstliche Sache, ein Nektar. Da stehen da, wenn es hochkommt, noch 50 bis 100 große Bäume. Gestartet sind da 200.000 kleine Bäume. Und jetzt darf sich jeder und jede selber überlegen, wie ich aus 200.000 Bäumen im Laufe der Zeit mit Harmonie und ohne Konkurrenz bei 100 am Ende rauskomme. Es ist mit Händen zu greifen, dass Konkurrenz eine ganz große Rolle spielt. Also das Delta ist nicht Arbeit des Försters gewesen und nicht Opfer der Motorsäge gewesen, sondern das Delta ist zu wesentlichen Teilen zu wenig Wasser gekriegt, zu wenig Nährstoffe gekriegt, kein Licht mehr bekommen und dann gestorben. So ist es. Es ist halt nur eine bestimmte Menge Wasser, Nährstoffe und Sonne da. Das reicht für eine bestimmte Menge Fotosynthese, Zuckerherstellung, um das mal ganz banal auszudrücken. Und es verteilt sich entweder auf viele oder auf wenige Bäume und die Bäume konkurrieren darum. Da spielen natürlich durchaus auch mal irgendwelche Strategien, wo Bäume miteinander etwas machen, wenn sie direkt beieinander stehen. Aber im Wesentlichen ist die Entwicklung eines Baumkollektivs durch Konkurrenz geprägt und nicht durch Harmonie. Also nochmal, vielleicht erstmal nochmal zur Vermenschlichung zurück. Also kommen wir denn wirklich jetzt ganz schwarz-weiß gedacht an einer Vermenschlichung grundsätzlich vorbei? Also ich glaube, wer sich die Illusion hingibt, dass wir ohne Gefühle Dinge machen und tun, der liegt im völligen Irrtum. Selbst rational bedingte Menschen, und die meisten behaupten von sich, sind rational, machen die meistens ihrer Verhaltensentscheidungen auf emotionaler Basis. Da kommen wir gar nicht drum rum. Die Frage ist, wo ich Gefühl und Emotion nehme. Nehme ich das, um etwas zu durchleuchten, um zu gucken, wie es funktioniert? Zu Neudeutsch für Erkenntnisgewinn. Also versuche ich rauszukriegen, wie ein Wald tickt, indem ich mich da reinstelle und mir versuche vorzustellen, wie die Bäume fühlen. Das glaube ich, das klappt nie im Leben. Oder wenn ich weiß, wie etwas funktioniert, benutze ich die Gefühlswelt, um das, was da bekannt, faktisch funktioniert, Leuten erklärlich und verständlich zu machen und sie dazu zu bringen, das auch für wichtig zu finden. So rum kann man es machen. Aber zuerst mal muss ich wissen, dass es auch so funktioniert. Den Erkenntnisgewinn, vor einem Baum hinzustehen und sich zu überlegen, jetzt fühle ich mal rein und dann kriege ich schon raus, wie Fotosynthese funktioniert und wie Holz entsteht, das halte ich für einen ziemlichen Irrtum. Die Zeit Online, da gibt es einen Artikel, der heißt Ein Baum ist ein Baum ist kein Baum. Also der setzt sich jetzt eher distanziert kritisch mit eurem Artikel auseinander und wirft euch letztlich vor, also ihr trefft eigentlich den Punkt nicht, fasse ich das jetzt mal hier so zusammen, weil wenn da jetzt Menschen wie Herr Wohlleben oder Frau Simmert über ihre gefühlsmäßige Zuwendung zu den Wäldern berichten, dann schlagt ihr ja diese Argumente nicht mit Naturwissenschaft, sondern ihr bewegt euch da auf einer ganz anderen Ebene. Und der sieht das hier schon als einen wichtigen Zugang, um Menschen zu mobilisieren an, dass man sowas wie eine staunende, er nennt das auch irgendwie staunend wie ein Kind in dieser großen Welt der Natur. Also ist das so? Trefft ihr euch da überhaupt nicht, weil ihr auf ganz anderen Ebenen unterwegs seid? Die, sagen wir mal, die kritischen Rationalisten mit ihren naturwissenschaftlichen Instrumenten auf der einen Seite und jene, die sich da gefühlsmäßig staunend der Natur zuwenden? Ich glaube, das ist gar nicht so ausschließlich, wie das aussieht. Ich bleibe dabei, es gibt einen relativ kleinen Teil dessen, was da um uns herum passiert, was wir wirklich naturwissenschaftlich, faktisch untersuchen können. Das bisschen, was wir da können, das sollten wir tun. Und das, was wir da an Erkenntnis haben, sollten wir auch nicht ausblenden und versuchen, mehr zu machen. Und wenn das, was wir uns gefühlsmäßig erschließen, in krassem Widerspruch zu dem steht, was man eben belegbar so in Einzelheiten macht, dann neige ich sehr dazu, mich eher darauf zu verlassen, dass die Erde rund ist, was gemessen ist, und nicht, wie es intuitiv aussieht, wenn ich was fallen lasse, dass es auf die Ebene runterfällt, dass sie flach sein muss. Also da, wo wir was wissen, wo wir es gesichert wissen, sollte man dieses Wissen verwenden und nicht durch Gefühle ersetzen, die benutzen wir da, wo wir nichts wissen. Also jetzt, die Vermenschlichung haben wir vielleicht jetzt mal abgearbeitet. Nochmal zurück zu den Folgerungen. Also wenn das so ist, wie wir das gerade beschrieben haben, da gibt es Menschen, die stellen sich die Welt im Wald harmonisch vor, diese Netzwerke und Altruismus und so weiter. Und da gibt es andere, die nehmen die Welt im Wald als von Konkurrenz charakterisiert wahr. Die Folgerungen für den richtigen Umgang sind natürlich dementsprechend auch dramatisch unterschiedlich. Es ist auch kein Geheimnis, dass jene, die da ihre Netzwerke in den Vordergrund rücken, eher sagen, diese ganze Welt ist so komplex und das noch im Klimawandel, wo sich alles so schnell ändert. Also bitte Hands-off, Finger raus, am besten nichts machen. Diese Welt wird sich mit ihrem Altruismus und so weiter und den Selbstheilungskräften, die es da gibt, die wird sich selber helfen. Die braucht den Menschen nicht, Schutzgebiete, Mensch raus, fertig. Und die anderen sagen, nee, ganz im Gegenteil, wenn ich auf diese Konkurrenz vertraue, als wesentliches Prinzip, dann spiele ich auch genau an diesem Rädchen, ich beeinflusse die Konkurrenz und gestalte. Soweit vielleicht die Weltbilder, aber jetzt, wenn ihr wieder mit Argumenten, Blick auf welches Bild hat mehr Evidenz, wo kann ich tatsächlich guten Gewissens beraten, Richtung Waldmanagement, Richtung Waldpolitik unterwegs sein? Welche Folgerungen sind da für euch abzuleiten? Ich versuche mich mal der Frage etwas schrittweise zu nähern. Also das Erste, ich glaube tatsächlich, Natur braucht Menschen nicht. Wenn man die Geschichte dieser schönen Erde oder des Universums anguckt, dann stellt man fest, dass die meisten der Zeiten, in der das existiert hat, die Spezies Homo sapiens, nicht da war und mutmaßlich auch längere Zeit nicht mehr da sein wird, wenn es die Natur noch gibt. Dazu kommt man schon, die Natur kommt ohne Menschen klar. Die zweite Sache ist, natürliche Ökosysteme, die ticken schon ohne Menschen, ohne menschlichen Einfluss. Aber die Vorstellung, nur Forstwirtschaft aus den Wäldern rauszunehmen und dann wieder natürliche Waldökosysteme vor sich zu haben, die ist so, jetzt muss man vorsichtig sein, die ist so abstrus, dass ich eigentlich gar nicht drüber nachdenken möchte. Denn völlig menschlich unbeeinflusste Waldökosysteme würde heißen, da haben nie Menschen rumgefummelt, haben sie bei uns seit der Jungsteinzeit gemacht, da geht niemand in den Wald, pflügt Pilze, läuft auf irgendwelchen Wägen rum, macht irgendwas, da lässt niemand irgendwelche Stickstoffeinträge in den Wald rein und da macht niemand einen menschlich beschleunigten Klimawandel auf den Wald drauf. Die Tatsache, da nur forschlich nicht mehr aktiv zu sein, entfernt die anderen massiven menschliche Einflüsse auf diese Waldökosysteme eben nicht und unter denen leiten die. Und die Vorstellung, ich mache eigentlich den kleineren Faktor raus und dann passen die sich an die schwerwiegenden Probleme von alleine an, die ist schwierig, weil man über so einen Zeitraum von etwa 100 bis 200 Jahren relativ gut abschätzen kann, wie sich Bäume im Wald entwickeln. Ob das in 2000 Jahren noch so ist, weiß ich nicht, aber wie sich ein Waldbestand, der da ist, entwickelt, wenn ich die forschlichen Maßnahmen rausnehme, sich selber überlasse, kann man relativ leicht abbilden, nehmen die Konkurrenz immer mehr zu. Da fangen an Bäume abzusterben, das Ding wird ein bisschen labiler. Ja, und Baumarten, die man dann vielleicht braucht im Klimawandel, die brauchen relativ lange, bis sie von alleine nachkommen. Die kommen schon irgendwann mal. Aber ob sie in dem Tempo nachkommen, in dem wir sie in den Wäldern brauchen, weil Menschen sind auf Wälder angewiesen, zur Erholung, für Holz, um die Luft sauber zu machen, ob die Wälder sich tatsächlich diesen Funktionen schnell genug anpassen, wenn man sich selber blässt, da habe ich massive Zweifel. Und deshalb muss man da nicht ersetzen, aber so ein bisschen steuern unterstützen. Das funktioniert ähnlich, wie wenn ein Biber feststellt, das Wasser fließt mir zu schnell, dann fällt er an ein paar Bäume und legt die in den Bach rein und dann reguliert er sich in die Richtung, in die er es gerne hätte, ohne den ganzen Wald wirklich komplett verschwinden zu lassen. Und so stelle ich mir menschliche Einflussnahme im Wald auch vor. Natürlich schubsen wir Ökosysteme in eine bestimmte Richtung. Sie sehen ohne Mensch anders aus als Mitmensch, aber das, was wir machen, das sollten wir auf Basis dessen machen, von dem wir wissen, wie es wirkt. Und nicht einfach sagen, ich mache nichts mehr und dann klappt es schon. Es geht darum, wie kommt Menschen und ihre Umwelt, in dem Fall Wälder, am besten miteinander klar. Und das ist eine Interaktion, und indem man einfach nur sagt, okay, ich gehe nicht mehr in den Wald, ich säbele da keine Bäume um, den Rest lasse ich, wird nur der eigentlich unwesentliche Teil der Interaktion rausgenommen. Und das sollten wir nicht tun, weil man sich da einen Haufen Dinge aus der Hand nehmen lässt, wo man diese Schwierigkeiten, die jetzt im Klimawandel ganz offenkundig werden, wo man ein bisschen Einfluss darauf nehmen kann, wo man sich das einfach aus der Hand nimmt. Halte ich für sehr gefährlich, vor allem, weil es eben überhaupt nicht sich die Denke, die dahinter steht, sich überhaupt nicht mit Fakten belegen lässt, sondern alle Fakten eher dagegen sprechen, spreng nach Popper, stimmen diese Thesen der Harmonie im Wald eben nicht. Naja, also vielleicht mit diesem, das ist ja noch nicht abzustreiten, dass jene, die diese harmonischen Waldbilder produzieren, Erfolg haben, mit Blick auf öffentliche Resonanz, auch Zugang zu politischen Foren. Also ich bin immer skeptisch, wie in wie vielen Köpfen das tatsächlich etabliert ist. Alle Befragungen, die wir jetzt auch hier an der FAA durchführen, zeigen ja immer, dass trotzdem die oft gescholtenen Försterinnen und Förster hohes Vertrauen genießen, also sind wir weit vor allen anderen Gruppen. Also von daher, ich glaube, das diffundiert jetzt nicht alles so eins zu eins in die Köpfe, aber es ist trotzdem, es ist ganz klar, also dieses harmonische Waldbild hat eine hohe Präsenz in der Öffentlichkeit, ist irgendwie sexy, um es medial zu verarbeiten, um es auch politisch hin und her zu wägen. Jetzt gibt es inzwischen schon manche, die sich so ein bisschen distanziert verhalten und sagen, naja, vieles, was in diesen Büchern behauptet wird, trägt offensichtlich einer kritischen naturwissenschaftlichen Überprüfung, hält es nicht stand, Komma, aber irgendwo heiligt der Zweck doch auch die Mittel. Also ich erinnere mich jetzt irgendwo im Studium gehört zu haben, dass auch die Autorin, die uns einen einen stillen Frühling prophezeit hat, also das berühmte Buch Silent Spring, also nicht alles, was damals da geschrieben wurde, hält heute noch einer kritischen Überprüfung stand, also wir haben natürlich mit Atemschwund zu tun und vielen Vögeln geht es nicht gut, aber es ist nicht so schlimm gewesen oder ist nicht so schlimm gekommen, wie damals behauptet wurde und trotzdem hat man es geschafft, mit so einem Buch das DDT zu bannen. Wie ist das jetzt in den Wäldern? Also heiligt der Zweck die Mittel? Ich meine, klar, nein. Vor allem, wenn ich weiß, dass die Mittel nicht stimmen, die ich benutze. Man kann, um bestimmten Zweck zu erreichen, natürlich gerne mit Fiktionen, mit Romanen arbeiten. Die sollten aber für die Leute, die es lesen, als solche erkennbar sein und die bewegen auch im Regelfall was. Schwierig ist es, wenn sie den Eindruck erwecken, ob Fakten gesichertes Wissen dahinter steckt und dann geht es nicht auf. Deshalb meine ich, der Zweck heiligt die Mittel nicht, wenn ich weiß, dass bei den Mitteln Fehler drin sind. Was man aus solchen Büchern sehr leicht lernen kann, ist, weil man möchte ja den Menschen durchaus vermitteln, was denn los ist und was man tun kann. Und offensichtlich auf dieser eher erzählenden, narrativen Schiene sind Menschen Nachrichten, Botschaften besser zu vermitteln. Die Art, wie diese Bücher geschrieben sind, wie sie Menschen ansprechen, die ist super. Die ist super, das liest sich gut und das Stilmittel sollte man ruhig mehr benutzen als bisher. Diese trockenen wissenschaftlichen Abhandlungen, wo dann irgendwelche Standardabweichungen, gemischte hierarchische Modelle drinstehen und 50 Referenzen am Schluss, damit können die meisten Menschen nichts anfangen. Klammer auf, viele Wissenschaftler auch nicht, Klammer zu. Aber wenn man eine gesicherte Faktenbasis hat, die dann in die Geschichte zu verpacken, wo die Mittel bekannt sind, um einen bestimmten Zweck zu erreichen, halte ich es für eine ausgesprochen gelungene Sache und das kann man von solchen Büchern lernen. Menschen sind der Sache zugänglich. Das ist vielleicht so ein bisschen enttäuschend, muss ich sagen, das ist jetzt auch bei eurem Artikel hier, der hört halt mit der Kritik an anderen auf, wie man es nicht tut. Jetzt bist du ja schon dabei zu entwickeln, was man daraus lernen kann und wie man es tut. Also redliche Wissenschaft zu betreiben und in der Kommunikation weiterzugehen. Vielleicht können wir dann nochmal gemeinsam weiterspinnen. Ich frage mich ja immer mit den vielen Versuchsflächen, die jetzt gerade ihr auch in der Abteilung betreut oder jetzt machen wir viele so Praxisanbauten, die dann oft in den irgendwo in den Forstbetrieben werden, die angelegt. Und das sind ja letztlich auch oder können auch Kommunikationsinstrumente sein. wo man sich genau das auch anschaut, von dem du jetzt berichtet hast. Wie könnte man da vielleicht weiterdenken? Ich erlebe das jetzt schon meistens in Form von nüchternen Tabellen. Da wissen wir jetzt, die Herkunft A ist ein bisschen mehr gewachsen wie die Herkunft B und das hat man sich genau angeschaut mit Blick auf Witterungsveränderungen, Standorte, die da unterschiedlich sind. Also da bleiben wir ja schon oft stehen, müssen wir ja Kreide fressen, wir zwei, bei dieser nüchternen Beschreibung. Da kommt die Tabelle, da kommt die Statistik und dann kommt vielleicht noch die Empfehlung, auch sehr nüchtern vorgetragen, im schlimmsten Fall noch irgendwie eine gruselige Karte und dann sind wir fertig. Also wir turnen ja manchmal die Leute eher ab, weil wir ganz viele negative Geschichten haben und uns das manchmal nicht gelingt, ich sage ja gerne, in grün zu kommunizieren oder eben dann auch einen anstrebbaren Waldzustand zu visualisieren oder eben in eine kleine Geschichte zu packen. Ja, Uli S., da hast du völlig recht. Das ist was, übrigens, weil du bei dem Artikel sagst, der hört damit auf. Das ist klassisches naturwissenschaftliches Instrumentarium. Der Artikel ist nicht ein Bashing von irgendwas, sondern der nimmt Hypothesen, die woanders formuliert werden, guckt, was habe ich an Fakten, passt es zusammen, passt es nicht zusammen und zieht dann daraus den Schluss, dass diese Hypothesen mit der Faktenbasis derzeit nicht gesichert sind. Punkt. Da hört eine wissenschaftliche Arbeit auf. Das ist auch gut so, weil das sollte nicht vermischt werden. Jetzt geht es darum, wie kriege ich das jetzt unter die Menschen, dass sie das verstehen und wie gesagt, mit den gemischten hierarchischen Modellen im ganzen Quark kriegst du natürlich niemand davon überzeugt. Ich verstehe es ja außerhalb des Bereichs, der meine Expertise ist, auch nicht. Ich brauche da ja auch was anderes. Da müssen wir was machen, unsere Versuchsflächen benutzen wir auf dieser hohen Ebene, wie Bücher im Moment nicht, aber natürlich sind es Anschauungsobjekte. Es gab mal im 19. Jahrhundert einen von diesen forstlichen Grands Seniors, den Friedrich Wilhelm Leopold Pfeil, der hat gesagt, frag die Bäume. Das machen wir, allerdings fragen wir nicht die Bäume nach dem Motto, hey du Traubeeiche, wie wächst du, sondern der hat gemeint, messt es nach, was da passiert und genau das machen wir, wir fragen die Bäume, wie wächst die, wie kommt die miteinander klar, wir messen das, was messen, was man messen kann und wenn wir dann mit Gemeinderat oder mit Kollegen, Kolleginnen draußen nehmen wir solche Wälder, so wie sie jetzt aussehen und dann nehmen wir die gemessenen Daten her und sagen, okay und so ist es jetzt wirklich gelaufen und ganz erstaunlich ist, man kann sich oft von dem, wie der Wald jetzt aussieht, gar nicht vorstellen, wie der vor 50, 60 Jahren ausgesehen hat. Tatsächlich kriegt man das oft nur dann hin, wenn man das belegt hat, wie denn die Entwicklung tatsächlich, wie die Bäume dick geworden sind, welche verschwunden sind, welche dazugekommen sind und da benutzen wir das, wir fragen die Bäume auf den Versuchsflächen, wie ist es denn gelaufen, wir wissen natürlich auch, was wir darauf gemacht haben und dann benutzt man das und wenn man es jetzt noch schaffen würde, aber das ist außerhalb meiner Expertise, sowas auf einer höheren Ebene mit dem Wissen, das wir über das Funktionieren von Waldökosystemen haben, an Leute zu transportieren, das wäre mal den Schweiß der edlen Wert. Aber da braucht es halt Leute, die das können und Naturwissenschaftlerinnen und Naturwissenschaftler können es meistens nicht. Im Prinzip ist es ja so ein bisschen, was du beschreibst, ist ja so ein bisschen die, ich glaube die Lernkurve, die jetzt auch bei diesem Weltklimarat, diesem IPCC gegeben war, also die ersten Berichte, die es da so gab, weiß ich nicht, tausend Seiten irgendwo als PDF auf Englisch im Internet abgespeichert, hat natürlich kein Schwein gelesen oder zumindest einmal in der Breite zumindest, das war was, das war was von der Community, für die Community, hat wenig politische Wirkung gehabt und jetzt sieht man ja auch, die machen jetzt kurze Berichte, die machen tolle Grafiken, die versuchen eben auch unterschiedliche Wege in die Zukunft, in Bildern zu transportieren, also das geht nicht nur uns so, auch andere machen da einen Lernprozess mit und merken, wenn ich für ein Thema einnehmen will, wenn ich sensibilisieren will, wenn ich mobilisieren will und ich glaube, das ist auch nicht unredlich, dass Wissenschaft da auch Verantwortung übernimmt und genau diese Dinge eben auch selber mit anstößt, dann merkt man eben, wir lernen da alle gemeinsam und die Tatsache, dass wir jetzt heute hier einen Podcast aufzeichnen, ist ja letztlich auch Ausdruck davon, dass wir nicht nur schriftlich kommunizieren in Zeitschriften, sondern dass wir da uns in die Diskussion begeben und auch versuchen, da eine Geschichte zu präsentieren, wie wir Wald verstehen und was das auch bedeutet. Aber es bleibt dabei, wir sollten den gefühlsmäßigen Ansatz benutzen, um es zu transportieren, was wir wissen, aber nicht andersrum. Andersrum sitzt man ziemlich schnell Fehlschlüssen auf. Also da bleibt es beim bisherigen Handwerkszeug abklopfen, prüfen, versuchen zu widerlegen und Hypothesen, die sich das gefallen lassen, das muss sich jede gefallen lassen, die können funktionieren. Wenn man so zurückguckt, natürlich das, was so dann in der Öffentlichkeit besonders Anklang findet, sind häufig Dinge, die in Widerspruch zu dem sind, was man bisher gewohnt ist. Weil das Auflehnen gegen das Establishment, das will jetzt gerne bis in den politischen Bereich gehen, das ist immer wesentlich, du sagst, wesentlich sexier als die Orthodoxie, es weitermachen wie bisher. Und deshalb ist es auch gut, dass solche Hypothesen aufgestellt werden. Und es hat auch durchaus in den Naturwissenschaften Durchbrüche gegeben, in denen Hypothesen aufgestellt worden sind, die gegen die Orthodoxie gewaltig verstoßen haben. Klassiker Copernicus oder Galileo Galilei. Die Tatsache, dass eine Hypothese komplett widersprüchlich ist im Vergleich zu dem, was bisher gelaufen ist, macht sie nicht schlecht. Aber dann muss sie belegbar sein. Und bei Copernicus und bei Galileo Galilei mit gewissen Nachkorrekturen war es belegbar und deshalb hat sich das durchgesetzt. Und die Sache mit der Harmonie im Wald zwischen den Bäumen, das ist eine steile Hypothese und wir finden nichts, was sie wirklich belegt und deshalb ist es klug, auf der Basis nicht weiterzuoperieren. Das wollen wir mal als ein Schlusswort so wirken lassen. Ich danke dir ganz herzlich für dieses Gespräch. Am Schluss frage ich traditionell immer noch. Möchtest du noch eine Empfehlung geben, was sich Menschen, die jetzt Spaß am Thema haben, anschauen sollen? Natürlich den Artikel nochmal, oder? Ich habe ihn jetzt nicht richtig zitiert. Willst du ihn nochmal richtig in den Äther sprechen, damit Menschen, die danach lesen wollen, ihn auch finden? Also auf Deutsch heißt es Mutterbäume, selbstlose Pilze und die Gefahren der Personifizierung von Menschlichung von Pflanzen. Auf Englisch Mother Trees, Arterystic Fungi and the Perils of Plant Personification, erschienen in Trends in Plant Science 2023. Der erste Autor heißt David G. Robinson und dann kommt eine ganze Reihe Kolleginnen und Kollegen, die sich an diesem Artikel mitbeteiligt haben. Wir packen den natürlich jetzt auch hier den Link dann noch entsprechend auf die Ankündigung des Podcasts mit rein. Die Hauptempfehlung, die ich hätte nicht lesen, geht in den Wald raus und guckt euch mal an, wie das unter diesen Bäumen aussieht mit der Verjüngung und dann macht man sich mal selber ein Bild draus, was mit diesen hegenden und pflegenden Mutterbäumen wirklich los ist. Man sieht das, wenn man die Augen aufmacht. Also frage die Bäume, die großen und die kleinen und dann kommt man da auch selber drauf. Ja, da kann man sehr schnell drauf kommen, wenn man möchte. Besten Dank Uli, hat Spaß gemacht mit dir zu sprechen. Ciao. Vielen Dank.